Ich bin froh, dass alle Spieler von der Länderspielreise gesund zurückgekommen sind. Die Woche war natürlich nicht optimal, weil einige Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Aber sie sind gestern oder spätestens gestern wieder gesund angekommen. Von daher können wir soweit aus dem Vollen schöpfen, außer die Langzeitverletzten natürlich, die werden noch ein wenig fehlen. Der Sieg auswärts, denke ich, war sehr wichtig für sie. Ich glaube schon, dass sie sich jetzt stabilisiert haben irgendwo. Braunschweig hat es ihnen sehr schwer gemacht. Braunschweig war wirklich gut organisiert. Von daher ist es ein Erfolg in Braunschweig, am ersten Spieltag zu gewinnen. Dieses Selbstvertrauen werden sie mitnehmen. Sie wollen natürlich gegen uns nachlegen. Von daher ist es ein sehr schwerer Gegner für uns, weil sie auch Qualität haben. Mit Hand, mit Ikitschi, mit Petersen, Nautovic, Elija draußen. Sie sind in der Offensive sehr gut besetzt und wir brauchen unsere beste Leistung, um zu bestehen. Wir haben uns bemüht, einen guten Stürmer zu finden und wir sind fündig geworden. Wir freuen uns auf die Alternative da vorne drin und auf seine Torgefahr, auf seine Schnelligkeit. Wir haben eine Variationsmöglichkeit mehr. Wir sind alle motiviert und gewillt, natürlich diesen Start vom letzten Samstag wieder gut zu machen. Ich denke, wir haben es aufgearbeitet. Wir haben 4 zu 0 verloren, was uns natürlich sehr weh getan hat. Aber es war dann auch zu hoch in unseren Augen, in meinen Augen, weil wir da selbst Schützenhilfe geleistet haben. Das darf uns nicht nochmal passieren, sondern wir müssen so spielen wie die ersten 65 Minuten, wo wir gute Ansätze in meinen Augen gezeigt haben. So müssen wir über 90 Minuten agieren, konsequent. Eben Kleinigkeiten richtig machen, Kleinigkeiten für uns entscheiden und nicht dem Gegner in die Karten spielen. Es wird Schlüsselsituationen geben. Ich denke, wir müssen uns jetzt auch nur zurück und schauen, dass wir das studenteilien mit meiner Meinung nach nachdenken. Es wird uns schon. Also, wir müssen, dass der Fall 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 ist. Vielen Dank.